und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem kanal erklärungsnot bei einem neuen corekeeper videos video net videos also videos kommen ja aber jetzt geht es erst mal um das video ja ihr seht schon im hintergrund corekeeper wir sind aus steam unterwegs und es gibt neue informationen zum neuen animal update viele viele informationen und die gehen wir jetzt zusammen durch hier noch mal großes dank an exit mothership an dich julian art director von corekeeper vielen dank fürs bescheid geben sonst hätten wir das wahrscheinlich heute verpasst und wenn ich sage wir ist es richtig meine wenigkeit klunkertrache und natürlich unser corekeeper experte auf dem kanal der harladin ist auch mit dabei hallo und herzlich willkommen auf unserem schönen kanal danke ja an dich julian und ich glaube nicht dass wir es verpasst hätten weil ich hätte bestimmt noch mal reingeguckt bei steam aber hätten sie auf jeden fall viel zu spät gesehen also es schon cool dass du uns darauf hingewiesen hast und ich bin aufgeregt wie ein schnitzel wir haben schon mal grob reingeguckt ich will jetzt gar nicht vorweg quatschen aber ich muss jetzt kurz ich finde es mega geil schon leute also ich bin übelst hyped jetzt schon ich bin jetzt bitte ja ich wir sind auf jeden fall halb und wir gucken uns das ganze jetzt mal an es wird sehr sehr viel text geben wir lesen uns das alles durch und reden natürlich über die einzelnen teile und gucken uns dann zum schluss das trailer video an was es auf youtube gibt ja was kann man sorgen wir sehen erstmal den schönen banner und da sehen wir schon die ersten tiere eine art katze mit fuchsschwanz so ein bisschen japanische neunschwänzige fuchs oder sowas natürlich total mein fall also da bin ich ja wieder ja das ist genau mein ding daneben so ein bisschen entrollig guckender hund und im hintergrund sehen wir ja die die schon bekannt waren die mulen also die kuh ähnlichen tiere auch mega gut und ganz wichtig steht hier oben natürlich das update heißt tatzen und kratzen das klingt auch ziemlich cool am 10 mai kommt die ganze sache raus für uns war das eine relativ schwierige situation weil zu dem zeitpunkt zwei tage danach kommt natürlich auch das neue zelda raus da freut sich der harlotin natürlich auch schon wie ein schnitzel drauf deshalb haben wir in dem zeitraum dann natürlich unfassbar viel aufzunehmen ihr macht es uns nicht leicht liebes paxtrom sehen ihr macht es uns nicht leicht aber wir freuen uns drauf ja gehen wir die ganze sache durch wir wir haben dann verschiedene zeilen und ich würde sagen wir wechseln uns einfach dann immer ein bisschen ab so dass man ein bisschen luft holen kann ja also den ersten text kannst du erst mal lesen da muss ich mich dann den bildschirm umschalten weil das da kann ich nicht lesen okay das ist das update auf das ihr alle gewartet hat forscher das co-keeper tatzen und kratzen update kommt am 10 mai 2023 auf euch zu dieses große inhalts update umfasst ein brandneues wiesensubbiom also doch ich war mir nämlich nicht ganz sicher ich habe es nicht komplett durchgelesen ich habe es auch erst mal nur überflogen aber es gibt ein neues wiesenbiom geil neues biom schon mal richtig geil da freuen wir uns tierisch drauf mit rindern und tiergefährten die schlüpfen und dir bei deinem abenteuer helfen mit vielen neuen mechanismen und funktionen die es zu entdecken gilt sowie neuen dekorativen gegenständen und materialien wie glas wird dieses update bestimmt ein riesen spaß für euch außerdem erwartet dich verbesserungen im kampf und viele von der community geforderte features wie mehr drehbare objekte und der begehrte eimer verlass dich aber nicht auf unser wort sondern schau dir den trailer an den schauen wir uns am ende an weil da der ist schön anzusehen und der gibt nochmal so einen groben umriss und der ist schön gemacht aber wir lesen uns erstmal so alles durch was kann man dazu sagen ich möchte mal ganz kurz was anderes einwerfen weil es jetzt gerade am anfang ist und es ist mir eigentlich sehr wichtig das haben wir aber letztens ein paar mal vergessen ich hatte mich schon besprochen dass wir das unbedingt mit anmerken und auch eigentlich das video und du auch ähm daher wahrscheinlich der julian uns zusieht hoffe ich dann bitte ich euch dass ihr bei dem update eine sache bitte bitte wieder behebt weil ich weiß nicht ob es angekommen ist bei euch oder ob ihr das so möchte dann schreibt uns bitte mal wir können nicht mehr auf die karte zugreifen von dem anderen spieler das heißt wenn ich die welt erkunde die leute von mir mit reingehen zum beispiel klunkertrache und wir waren vorher beide an dem kartentisch dann hat sich die karte des anderen jeweiligen aktualisiert das ist nicht mehr das geht gar nicht mehr also jeder muss den weg selbst finden sollte das so wollen ist okay ich persönlich fände das schade weil ich finde das macht ja ein gruppenspiel aus und es macht unglaublich schwer in die neuen biome zu sehen okay wo war der harte schon aber wo muss ich hin und okay da war der klunker schon da musst du jemanden machen uns gegenseitig die karten zeigen also es wäre übel cool wenn ihr das hinkriegt vielleicht wisst ihr ja gar nicht dass es ein fehler ist oder was hat wurde vielleicht noch nicht kommuniziert wenn ihr es wisst also jetzt wisst ihr es ja und ihr wollt es so dann ist okay also okay ist nicht ich finde es trotzdem nicht schön aber dann ist es so aber wenn es ein fehler ist dann bitte vielleicht kann man den ja gleich mit dem neuen update heben und was noch geil wäre beim neuen update ist wenn ihr gegenstände hinsetzt das hatte ich mit michelle dann ist es ja jetzt so ihr habt pfeiltasten in die ihr euch die richtung anzeigen wo ihr das hinsetzt und vorher konntet ihr es aber absetzen und wo es auf dem boden stand drehen das geht nicht mehr ihr könnt es jetzt von anfang an wählen aber danach nicht mehr also müsst ihr wieder aufheben wieder die richtung ändern das wäre cool wenn das nochmal gemacht wird dass man beides machen kann also die pfeile finde ich mega geil ganz klar weil du gleich siehst welche richtung es anzeigt aber wenn es auf dem boden steht dass man es dann nochmal nachdrehen kann das wäre ganz cool so ja haben wir gleich mal gemeckert zu wo oder kurz reingeworfen da kann ich was dazu sagen wo ich auf michelle sein seiner welt war da ging das also das ist bei uns ein problem bei unserer welt ein problem okay weil der michelle ich wollte es nämlich machen okay dann geht es vielleicht auch mit der karte woanders bloß bei uns nicht weil wir halt seit der demozeit genau das das oder willst du mal einen tisch wegnehmen und neu hinstellen okay dann alles klar das habe ich natürlich jetzt nicht gewusst die information hätte ich vorher gebraucht egal was haben wir zum ersten text der klaus natürlich mega geil haben uns ja die ganze zeit schon gewünscht oder haben uns überlegt wie cool wäre das wenn du vielleicht klaus wände hättest oder klaus böden oder sowas und jetzt wollt ihr das echt machen das finde ich mega mega cool ähm lohnt das sicherlich auch ne ja glas ist auf jeden fall eine feine sache also ich kann mir da vorstellen viel mit wasser glas außenwände warum nicht also da gibt es ja wieder viele möglichkeiten die die du dann machen kannst ja und neuer material genau dekoratives zeug sind wir ja auch immer fan also da gibt es ja der erste text verspricht erst mal großes und wiesensabium das ist natürlich auch sehr geil dass er jetzt ein wiesensabium habt wahrscheinlich auch wo die tiere herkommen ich würde mal davon ausgehen es muss ja im anfangsbereich mit sein oder die ko-kippe-antikler machen sie meistens so logisch dass auch die einsteiger was davon haben und bei den moden haben wir ja schon was neues da haben wir die sperrträger bei den stein kollegen weiß nicht ob ich schon mal erwähnt da finde ich auch mega geil die neuen animationen also wie die schlafen oder überrascht sind finde ich so cool habe ich ja vorher noch nicht gesehen weil es bei uns keine mehr gibt aber ich war mal auf einer anderen welt richtig cool und da ist es ja wahrscheinlich dann irgendwo ja ich sag mal im großgebiet im normalen erdegebiet wahrscheinlich ja sehr sehr cool gucken wir uns an tja der nächste text ist für dich die erforschung des untergrunds macht sehr viel spaß aber wir denken dass die ideen lebende kreaturen zu haben die dem spieler folgen und mit dem mit der welt um sie herum interagieren okay dem spiel noch mehr leben eintauchen einhauchen das gesamte team hatte viel spaß bei der arbeit an diesem update und wir freuen uns darauf deine meinung dazu zu hören die werde jetzt gleich ausführlich hören und ihr wisst doch heute quatsch viel es sind nur noch zwei wochen bis zu dem mühlen das kann ich leider mühlen genau rumtrollen deine eigenen haustierkumpel aufziehen eine basis ganz aus glas bauen das sehen wir noch und die stadt rosa streichen kannst mhm da haben wir schon einen kleinen tipp ne oder eine andere neue pinselfarbe die wir einführen werden okay also es gibt nicht nur rosa das ist natürlich cool neue pinselfarben haben wir uns auch so gedacht wäre eigentlich nicht schlecht was implementiert das immer ähm ihr könnt ja teppiche bemalen ihr könnt ähm wie heißt ja tische bemalen die kommode sieht man ja unten auf dem bild ja auf dem bild sieht man ja schon das das lila das rosa genau und oder lila ja und da habt ihr ja immer die gegenstände könnt ihr ja dann mit in der jeweiligen farbe immer anders äh bemalen zum beispiel das japanische rot was uns so gut gefallen hat wo das so diese japanischen sachen waren was ja auch die anspielung war sowas und das heißt er kriegt nicht nur eine rote farbe sondern mit dieser roten farbe habt ihr wieder auch bei den gegenständen schon wieder völlig neue möglichkeiten die wir alle noch nicht kennen da könnt ihr steine jetzt bemalen stein boden zum beispiel sieht man auch hier hinten glaube ich wo die töpfe stehen ähm bin ich mir nicht hundertprozent sicher weil sowas ähnliches gab es schon mal in weiß aber so zusammenhängt ziegelmäßig noch nicht wüsste ich jetzt zumindest ich dachte ich dachte ich dachte der ziegel hier das ist der holzfußboden dachte ich so sieht es fast aus aber das sehe ich auf dem bild nicht so richtig okay könnte auch sein dann habe ich nichts gesagt aber auf aber auf die man keine töpfe auf den holzboden das kann abbrennen aber was man sieht hier auf dem bild ist schon mal schön das wiesenbiom also man sieht diese diese steppenartigkeit ja die haben ja auf dem bild auch schon mal eine glasmauer gebaut fürs häuschen das glas sieht fantastisch aus das muss man wirklich mal sagen ja das ist richtig cool gemacht äh hier unten sieht man auch so ein kleines schaf schon so eine art ziegenbock mhm das sieht auch ziemlich cool aus und das pink oder das lila fände ich schon also ich persönlich also für meinen persönlichen geschmack finde ich den fußboden hier schon sehr derb also sieht sehr bissig aus ist aber eine geschmacksfrage also sicherlich für den einen oder anderen interessant für mich wäre es ein bisschen zu krass aber hey warum nicht ja ja ist ein bisschen krass weiß nicht ob ich jetzt aufs bild nochmal eingehen soll kurz du kannst gern noch was sagen na klar wenn dir was da auffällt also ein wiesenbiom haben wir ja schon gesagt ziemlich cool was noch neu ist sind die betten die sind komplett neu die sehen komplett anders aus als vorher finde ich richtig geil gemacht mit diesen schrägen kopfteilen dieser decke und so das sieht richtig geil aus davor die kisten sind neu die zwei haben dadurch schön seitlich hingestellt dass man es nicht sieht ne wir können jetzt denken dass das die silbernen kisten sind ich glaube aber das sind andere also ich wüsste jetzt nicht dass die optik gibt unbedingt klastisch gibt es schon den eimer sieht man natürlich auf dem tisch ganz klar ne oben drüber sieht man einen schönen gegenstand neben dem spiegel genau das ist die brutstation irgendwie sowas das werden wir noch im text darunter erklärt bekommen aber das scheint so eine art brutstation zu sein wo dann ein ei drin steht das sieht man auch ganz oben wie die junge dame hier vorne so ein ei unter den unter der achsel hat und scheint so zu sein dass ihr eure tierischen bekleider ausbrüten müsst aber das werden wir lesen auf jeden fall auf jeden fall das bild des wiesenbiom an sich sieht top aus gefällt mir diese steppenartige das sieht richtig geil aus was noch interessant ist ihr seht ja dort diese die büsche und ich weiß nicht vielleicht gibt es auch einen neuen saum vielleicht das könnte sein ja das könnte mal wieder eine saum sein die die saum die hier drin stecken die kenne ich alle schon das ist natürlich dieser harfersaum und die gibt es ja schon aber vielleicht gibt es da was neues wir werden sehen gehen wir zum nächsten das ist auf jeden fall gehen wir zum nächsten text tierbegleiter das update tatzen und kratzen wäre kein update wenn es dabei nicht um tatzen und andere anhängsel und um katzen ginge äh kratzen wir ein 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 wir freuen uns ankündigen zu können dass wir fünf verschiedene orten von haustieren mit unterschiedlichen farben und drei verschiedene orten von nutztieren in das spiel einführen schon mal das finde ich ja mal mega geil nutztiere ist ja schon mal total geil weil kuh könnte man jetzt vermuten milch scharf könnte wolle sein für was auch immer oder gorn äh da bin ich mal gespannt was die nutztiere dir bringen also was was bringen die ne zum kochen jetzt milch zum beispiel schön und gut aber ist es dann alles so das da bin ich echt mal gespannt was die nutztiere bringen haustiere können an verschiedenen orten auf der ko keeper korte gefunden in den brutkasten gelegt und dann zu begleitern ausgebrütet werden die den spielern im kampf über einen speziellen haustier inventar platz zur seite stehen können im folgenden erfährst du mehr über jedes einzelne haustier alleine schon das hier steht ihr müsst auf der gesamten korte finden das heißt ihr könnt die welt nochmal richtig schön erkunden vielleicht ist dann auch in jedem biom keine ahnung im im wasser biom jetzt mal blöd gesagt sind sie halt blau oder in in mult biom sind sie so ein bisschen verschimmelt oder mit pilze überwuchert pilzkühe oder sowas da gäbe es ja viele möglichkeiten ja also rein vom text stehen da viele sachen offen ja definitiv und ausbrüten ist natürlich mega geil also das das hat irgendwie ich sag nicht irgendwie habe ich da bock drauf das auszuprobieren was dann so abgeht da wollen wir ja nicht drüber reden ne ich sag ja ich könnte sofort gib mir den gib mir den content ich will los machen ja so hast du schon gelesen ne das wärst du das wär ich dann ein hundegefährte der darauf aus ist deine feinde zu vernichten endlos seine pfote zu lecken und ganz allgemein einfach ein guter karl zu sein ja typisch und halt das subterieur ist ein hundeartiger begleiter der dir in den kampf folgt und dich mit seinen kräftigen kiefer verun was ungemach verungemach schützt also sich worte bitte mit seinen fähigkeiten feinde zu betäuben aha und sie so für einen gut platzierten schwerthieb zu öffnen okay das klingt auch ziemlich komisch ist das kein wunder dass man den subterieur den besten freund des forschers nennt auch schöne worteinspielung ja da haben wir schon einen hund ich glaube dass du pro biome verschiedene tiere kriegst wie auch insekten das glaube ich jetzt einfach mal könnte man davon ausgehen aber das optik sieht die optik sieht natürlich geil aus ne ja die optik hat so ein bisschen was von von ne hyäne wolf oder ja hat weiß ich nicht so ein bisschen wilderer ort hund wilder hund ja genau finde ich auch ja aber es sieht natürlich total knuffig aus der der kollege da gibt es mal gar nichts mega cool dass die alle verschiedene sachen haben ja ja kommen wir zum glutschweif dieses haustier ist von natur aus spontan und impulsiv es ist ein wilder kämpfer und schärft seine krallen gern an möbeln aber er ist auch unglaublich verschmust lass dich von den flauschigen fällen und den niedlichen zähnen des glutschweifes nicht täuschen denn die katzen ähnliche kreatur kann mit ihrem feurigen fernkampfangriff im kampf richtig einheizen seine leuchtenden augen geben dir außerdem einen nützlichen plus zwei schein also licht damit du in den dunklen gegenden des untergrunds nicht vor heimtückischen grottlingen überfallen wirst das ist natürlich total mein fall ne also ich bin ja an sich schon mal katzenfreund eher als hunde also ich mag hunde auch aber wenn ich es mir aussuchen kann natürlich katzen und dann hat er halt so diese klassischen japanische anspielungen mit diesem feuerschweif hat sogar fast ein bisschen was pokémonartiges vom optischen her ja wie so ein evoli oder sowas ja auf jeden fall vielleicht ist es auch wieder eine anspielung ich würde wahrscheinlich sogar auch eher die katze nehmen schon allein da hat er fernkampfangriff und da muss man jetzt mal ehrlich sein jeder corekeeper kämpfer ja bei uns ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig aber da ist natürlich fernkampf ist schon gut ne mit dem hund musst du halt ran deine mutti was ja genau mein ding ist aber vielleicht nehme ich auch hunde werde ich mal sehen werden auf jeden fall alle haben aber schön sieht es aus und hier seht ihr es auch das werdet ihr wahrscheinlich in der wüste der anfänge kriegen dieses tierchen ja im desert biome was natürlich auch zu katzen passt na klar weil es sind ja im endeffekt wüstentiere also dahingehend kannst du da mal reinschreiben lieber julian wenn du zuguckst ob das wieder eine anspielung an ein evoli ist das könnte natürlich auch ein volnona sei oder wullpix oder sowas irgendwie erinnert es mich an ein pokémon das auch ja 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 und ich habe noch gibt es jetzt ähm small land glaube ich neues spiel und da spielst du mit so feenähnlichen kreaturen sag ich mal die haben zwei fühler und die leuchten wenn du weit weg bist und da habe ich immer so gedacht sowas wäre auch mal cool überhaupt in einem crafting game und die machen es natürlich wieder ne am tier halten am schwanz zwei büschel die leuchten ja und bringt dann noch licht richtig cool auf jeden fall kommen wir zum nächsten tierchen federninchen dieses nuggetier mit federohren ist ein fähiger begleiter der seine größe wettmacht indem er das ist eigentlich mein tier ne indem er giftige robuste haare auf dem feind schleudert oh das ist natürlich cool erinnert mich an euch die große schlappurne und die kaninchen schnauze des federninchens machen die versuchung dieser kreatur zu streicheln fast unerträglich aber bevor du dich an seiner giftigen an seinen giftigen hält schmiegst solltest du es dir zweimal überlegen mit einem fernkampf angriff der mehrere ziele treffen kann und die möglichkeit gift schaden zu vorsorgen ist das federninchen eine gefährde den man nur ansehen aber nicht anfassen sollte den man nur ansehen aber nicht anfassen sollte ich kann euch nicht lesen tut mir leid eigentlich klappt das gut so ja federninchen geiles ding findet man ja in der im wasserbio also im ja in den städten ja genau in den verbundenen städten auch geile idee coole idee das ist das sieht auch so cool aus wie die mit die wie die mit die ohren schlappern so richtig ja hinten dieser große puschel dran in rechts cool halt die attacke ne ne die idee mit vergiften ist natürlich mega geil da kannst du dir vielleicht dann auch die ein oder andere war ja so für viele einsteiger auch oder auch bei uns damals zum beispiel die sichel um bei bosse die regeneration zu stoppen die zu vergiften so hast du halt deinen begleiter und kannst vielleicht auch mal ein paar andere waffen nehmen weil du ja davon ausgehen kannst dass der dann trotzdem auch die regeneration unterbindet top eigentlich super super teil fernkampfschaden und gift also ja das ist echt ein ziemlich cooles tierchen auch eine coole idee in hause haben sie alles abgedeckt finde ich total geil ja vor allem genau die namen sind halt ja cool feder die namen sind mega gut federninchen aber finde ich top das wird schwierig für mich einen begleiter zu finden aber die katze ist schon weit vorm ich glaube aber auch das ist so gedacht dass du auch ab und zu wechselst wahrscheinlich dass du dich dann auch ein bisschen anpasst das auf jeden fall so dann kommen wir zum nächsten der eulux ein flinker schnabel bewährter gefährdet der sich scheut sich direkt in den kampf zu stürzen aber er hält dir den rücken frei wenn die waffen aufeinander prallen der eulux ist eine liebenswertige vogelartige kreatur die über dir kreist ein wachsames auge auf dich hat er hat keine eigenen offensivkräfte aber er bietet seinem meister im kampf einen bewegungs geschwindigkeits und schadens buff das ist natürlich auch geil und da glaube ich habe ich mein tier schon gefunden so gut ich auch den hund und so finde aber ich stehe halt total drauf gucke hier habe ich auch für mich festgestellt dass die items und essen mache ich mir immer so dass ich viel kritischen schaden mache und viel schaden weil ich ja immer eigentlich nahe kampf mache und da ist der vogel natürlich optimal für mich ne hat zwar jetzt keinen zusatzeffekt finde ich aber trotzdem cool er macht ja trotzdem was also er hat einen zusatzeffekt aber er macht selber kämpft er nicht dafür haben die anderen keinen zusatz buff das muss man ja auch mal sehen die können halt nur entlammende gegner vergiften und der hat halt sowas finde ich geil finde ich cool das auch bewegungsgeschwindigkeit sowieso gut kann es immer gebrauchen und schaden naja gut da brauchen wir nicht reden ja den muss ich haben außerdem ich mag vögel weil ich habe einen Mann am Kopf ist weg Juniorschleim Baby Schleime in verschiedenen Farben die den gleichen Schaden wie ihre ausgewachsenen Gegenstücke hier bei Puckstorm stehen wir total auf unsere Schleime und seit dem Start der Early Access gab es eine Menge Anfragen aus der Community nach Schleimhaustieren haben wir uns auch gedacht ihr werdet lachen ja euer Wunsch ist uns Befehl zur Auswahl stehen der klipprige orange Juniorschleim der giftige lila Juniorschleim der oh Gott gift gift glitt glitschige ach glitschige glitschige ja klar logisch glitschige blaue Juniorschleim und der sengende Lava Juniorschleim mega das sieht einfach so cool aus mit dieser mit diesem Auge mega geil aber wie das ist das ist halt auch einfach so ein Ding also ich hab's ja geschrieben hier die Community mag das aber es ist halt auch einfach so in so Rollenspielen und sonst was irgendwo Schleime sind halt immer irgendwie dabei jeder liebt das und wir haben ja genau wir haben ja damals schon versucht und wir hatten Flur da hatte schon relativ schnell die Idee die Schleime vielleicht in so Art kleine Zaungehege zu sperren dass das wie unsere Haustiere sind und wir haben es auch uns dann gegen entschieden wir haben es dann zum Beispiel beim Friedhof einfach mal so ein Schleim sporn lassen weil die greifen dich ja nicht an ne nur die zackigen dann haben wir uns auch so gedacht wie cool das wäre wenn du den mit hättest sag ich mal und jetzt gibt's das ne und so Attacke noch schnell gesagt hier steht's ja auch drin dass die das gleiche können wie die Großen das bedeutet der Liederschleim kann vergiften blaue Schleim macht halt den Boden klitschig und der orange Schleim springt die Gegner an und der rote verbrennt natürlich ne das ist auch sehr cool gemacht ja auch sehr sehr coole Sache kann man auf jeden Fall nix dagegen sagen also die Haustierchen so im Überblick sind auf jeden Fall mega cool gemacht und eine ganz coole Auswahl von allem und optisch natürlich wieder absolut geil gemacht also ja richtig cool also ich find die auch mega cool also grad die Katze oder so ist schon mega geil aber auch der Vogel ist eine verdammt gute Idee der Hase ist richtig cool also mega mega geil ihr habt uns nichts viel versprochen ja das kann man wohl sagen jetzt kommen wir zu einer Sache da hab ich echt Augen gemacht ein bisschen Vorstellung des Kreativmodus ist das Bauen dein liebster Bestandteil von Co-Keeper dann wird es dich freuen zu hören das du in unserem neuen Kreativmodus nach Herzenslust bauen kannst du musst nicht mehr nach Fertigungsmaterialien suchen oder deine Ausrüstung verbessern starte einfach eine Welt im Kreativmodus öffne die Benutzeroberfläche des Kreativmodus und wähle aus Baumaterialien Kreaturen Verbrauchsgütern Umgebungsobjekten und Ausrüstung Wertgegenständen saisonialen Gegenständen und mehr dieser neue Modus ist völlig unabhängig von der Standardversion des Spiels und erfordert dass die Spieler eigene Charaktere für den Kreativmodus erstellen die nur in den Welten des Kreativmodus spielbar sind alter Schwede da musste ich erstmal schlucken das ist nochmal jetzt wie bei Minecraft war das ja auch so die normale Variante mit abbauen und machen und tun und dann gibt es halt auch die Kreativvariante wo du halt einfach nichts abbauen musst und einfach so bauen kannst wie du willst von Anfang an alles hast und kannst dich einfach kreativ entfalten mega 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 dadurch dass du natürlich jetzt nicht 3D bauen kannst schränkst dich ein bisschen ein aber du kannst ja so haben sie es zumindest gesagt du kriegst ja wahrscheinlich wie bei Minecraft auch eine leere Welt und kannst alles wie den Kern bla 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 kannst du alles selbst hinstellen das ist schon richtig geil ne ja das ist wohl so also das ist schon dass sie da nochmal so ein extra Ding einbauen hätte ich nicht erwartet also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen platt gerade für uns auch in manchen Sachen ist es ja so dass wir euch was optisches bieten wollten wie die Pixel Builder oder so und da bei uns aber schon stellenweise der Platz eng war und so kann man sagen ja gut okay wir haben die und die Vorstellung wir könnten das und das ideenmäßig bauen da hast du die Möglichkeit das ist eigentlich ne schöne Sache so der Harladin ist gemutet also lese ich einfach also bis wir da der Kreativmodus verfügt über einen eigenen zuschaltbaren God Modus wenn dieser Modus aktiv ist können sich die Spieler durch Objekte hindurch bewegen Objekte mit einem stark zerstörenden Objekte viel schneller als normal platzieren im God Modus droppen keine Gegenstände zur Zerstörung Objekten im God Modus droppen keine Gegenstände von zerstörten Objekten aber Objekte werden auch nicht verbraucht wenn sie in diesem Modus benutzt werden ganz klassisch God Mode wer kann es nicht im kreativen Modus er kann quasi dann vielleicht auch sogar diesmal fliegen obwohl das ja nicht drin steht jetzt aber es wird interessant wenn du wirklich die Kerne also wenn du wirklich ne komplett freie Welt mal hast ich hab's ja trotzdem ein bisschen eingeschränkt du musst dir die Fleische freimachen geht ja aber trotzdem ist ein Teil bebaut aber wenn du ne komplett leere Map hast Alter weißt du was das für uns wieder heißt? oh mein Gott ja wir finden wir kommen wieder auf Time Nachbarn ja ja das hat man schon mal die Sache aber es gibt auf jeden Fall genug Optionen dann künstlerisch wieder also einfach das zu machen worauf man Bock hat ohne dass man jetzt unbedingt immer das Platzproblem hat ne? wobei ich trotzdem sagen muss es ist bei Minecraft vollkommen äh klar ne? ich aber für Anfänger klar aber für uns jetzt als Endgame-Spieler sag ich mal es wärs jetzt kein Problemmaterial ne? für uns oder für Michel zum Beispiel auch da wird es das gleiche sagen da hat er truhen weiße Material mittlerweile und da ja ist es cool einen Kreativmodus haben aber jetzt nur damit man jetzt kein Material verbraucht sag ich mal ist es für uns eigentlich nicht interessant also was das angeht weil wir haben einfach genug ne? logischerweise das ist richtig ja und die letzte Funktion des Kreativmodus über die wir sprechen wollen ist die Schaltfläche Weltspielen wenn du diese Schaltfläche anklickst können sich Kreaturen und Objekte nicht mehr bewegen oder Aktionen ausführen dadurch wird die gegnerische KI ausgeschaltet und verhindert dass deine Kreativität etwas unerwartes in die Quere kommt auch das gab es bei Minecraft äh das war halt dieses äh Monster ausschalten ne? du konntest halt einfach dass die halt dann nicht dein Zeug zerstören was weiß ich ein Creeper kommt sprennt sich in die Luft und alles ist weg konntest du halt die Monster ausstellen dass die halt friedlich sind oder gar nicht erst spawnen irgendwie so äh also für Leute die kreativ bauen wollen klar ne? sonst nervt irgendwie was macht irgendwas kaputt oder so so hast du halt gar nicht die Probleme schältst es einfach aus und gut ist mega gut feine Sache auf jeden Fall ha jetzt kommen wir das das ist auch geil unser erster offizieller Merchandise Artikel tief in der vergessenen Ruinen lebt ein seltsamer seltsamer Rasse unterirdische Kreaturen die von der obertaischen Welt abgeschnitten sind so war es zumindest bis jetzt wir stellen unser erstes offizielles Co-Keeper Merchandise vor das Grottling blühtier wir arbeiten mit dem talentierten Team von Make a Ship zusammen um dieses kuschelige Grottling zu kreieren und wir werden dir bald mehr Informationen darüber zukommen lassen wie man so einen in die Finger kriegt bis dahin wünschen wir dir viel Spaß mit den Bildern von diesem kleinen Kerl bei seinen Abenteuern an der Oberfläche ich möchte einen ne? brauchen wir jetzt nicht reden oder? ist klar ich hab generell bei mir Haufen solche Viecher rumstehen also ich hab den musst du in der Sammlung haben das stimmt den kaufst du ich hab massiv viele Plüschtiere also massiv viele aber ich hab viele verschiedene Sachen oder Dragon Ball Kissen oder solche Sachen also ich hab viele solche Sachen und das spricht mich auch sofort an wenn nicht wir so ein Co-Keeper Merchandise haben wollen ja dann also ich bin ja kein Kuscheltier-Fan aber den will ich ja deswegen also ich würde auch sagen sobald da verfügbar ist nehmen wir gerne zwei wir hätten gern wir hätten gerne also auf welchem Weg auch immer das ist jetzt eine unterschwellige Anspielung ich hoffe die wird verstanden hier ich weiß nicht aber ich denke mal das ist klar ja aber das da bin ich auf jeden Fall mal gespannt das wäre natürlich cool wenn es da auch mehr geben würde ich meine es gibt ja gerade jetzt mit die also jetzt mit die Tiere den Fuchs zum Beispiel also die Katze als Plüschtier oder halt den Hund als Plüschtier oder sonstige Sachen diese Kuh hätte es ja viele Möglichkeiten vom Design her gesehen die einzigartig sind ja da sind natürlich der große Typ mit der Keule hier den will ich auf jeden Fall lebensgruß meinem Zimmer oder meinem Gaming Zimmer also das ist ja wenn mein Sohn mich dann aber nervt würde ich den einfach vor der Tür und sage so kann ich mit dem unterhalten ja lebensgruß in der Facecam hätten so ein Knüppel stehen ey das wäre geil das ist schön ja was es natürlich noch gibt ist auf jeden Fall mega cool aus also wir wollen auf jeden Fall entkommen wir hoffen wir kriegen die Informationen dann auch auf jeden Fall auf jeden Fall Insider Connections ja die nächste große Änderung das wurde mir ja schon gesagt weiß nicht ob wir das nochmal extra vorlesen wollen ist ja dass das Corekeeper Spiel etwas teurer werden soll dass die Änderungen von Preis und Corekeeper haben genau und ähm mit dem Update wird es halt so werden am 29. Mai sagen wir mal 19 Tage danach die lassen euch noch ein bisschen Zeit und da steht es auch drin ihr habt dann jetzt noch die Möglichkeit das für günstig zu kaufen und später kostet euch es dann äh 15,99 12 und Sterling geil hab ich auch nicht gewusst dann 15,99 US Dollar oder eben 16 Euro und da muss man jetzt wieder sagen ganz ehrlich 16 Euro für das Spiel würde ich sofort bezahlen ohne mit der Wimper zu zucken und jeder hat da jetzt überlegt und sagt oh ne das ist ja scheiße für 16 Euro Leute ohne Scheiß ja ich hab Spiele gespielt die kamen mehr Geld und die waren Kacke die waren Rotz das war Müll das Spiel haben wir in der Demo ich sag mir immer wieder in der Demo angefangen wir hatten so viel Möglichkeiten in der Demo wie du bei manchen Spielen im gesamten Spiel nicht hast und 16 Euro für das Spiel mit dem Umfang inklusive das Tier Update dann ist lächerlich einfach lächerlich wir haben 11 Euro bezahlt glaube ich oder 10 Euro ja 11,12 Euro das war jetzt wir haben schon gerätselt ob es vielleicht auf 20,25 geht ich fände das gerechtfertigt bin ich ehrlich meine ich wirklich ernst ich würde sagen 20,25 Euro hat das Spiel einfach verdient klar kann man das vielleicht nicht machen gibt es bestimmt diese Kriterien und bla bla alles okay aber 16 Euro also brauchst du nicht überlegen ohne Mist also wenn du neu anfangen möchtest möchtest ein Crafting-Game haben was Bock macht wenn dir der Stil auch gefällt und du überlegst noch dann kaufst du 16 Euro sofort also ganz ehrlich das kannst du machst du nichts falsch verspreche ich euch und ihr werdet ich hab ein paar mehr Stunden muss ich jetzt mal ganz kurz erwähnen war ich ja erst am Ende weil es ja auch ein bisschen peinlich ist als äh unser lieber Julian na denn ich hab über 700 Stunden dort reingesteckt ne warte mal das liege ich aber glaube ich ist auch egal ich hab auf jeden Fall sehr sehr viele Stunden reingesteckt also ihr könnt dort locker 500, 600 Stunden wenn ihr auch ein bisschen Bauten so locker versenken ganz locker ja das ist überhaupt kein Problem und aber 16 Euro ist ja ganz ehrlich also ist geschenkt also ich find's auch vollkommen fairer Preis vollkommen okay wir müssen ja auch dazu sagen wir sind wie gesagt seit Anfang an dabei und haben jedes Update immer mitgenommen wenn man aber jetzt neu einsteigt und hat das alles was wir über die ganze Zeit jetzt hatten also über ein ganzes Jahr gespielt haben auf einem Schlag all die Items all die saisonialen Sachen das ist das ist das ist so viel also alleine da jedes Item mal gesehen zu haben das ist unendlich gefühlt also uns fehlen immer noch zwei Figuren ja ich muss nochmal betonen also auch da lieber Julian falls ich dir irgendwie rüberwachsen lassen kann ich krieg's einfach nicht ich krieg's ja nicht ich hab die Endbosse zwei Millionen mal gelegt ich kriege diese Figuren ich will aber alle das bleibt auch dabei wenn ich erst wieder ein Kuggeber pass auf es gibt ich hab schon immer ab und zu mal gespielt und hab auch immer mal die Bosse gemacht aber ich hab's einfach nicht aber wenn ein Update kommt auch das ein kleiner Tipp von mir und euch fehlen Figuren und es kommt ein und das Update ist neu raus an diesem Tag müsst ihr unbedingt die Gegner machen wo euch die Figuren fehlen weil dann ist das irgendwie wie zurückgesetzt im Spiel auch wenn ihr die Welt schon eine Weile habt kann ich euch 100% versichern hab ich mehr als oft probiert und dann droppt also die Droppwahrscheinlichkeit der Figuren ist dann um ein 10-Millionenfaches höher auch beim Angeln wenn ihr da Gegenstände braucht und ihr kriegt sie ewig nicht weil vielleicht ist ja oft so gewesen dass manche auf der einen Welt das gekriegt haben auf der anderen nicht dann macht das nach dem Update sobald das Update raus ist gleich am ersten Tag würde ich euch raten äh geht angeln oder macht erstmal kurz die Bosse dass ihr die Figuren kriegt die müsst ihr dann trotzdem 3-4 mal machen aber nicht 100 mal dass die Dropshops also wir hatten wir hatten zumindest da immer Glück sobald ein Update raus ist haben wir dann öfters mal öfters mal Trophäen also diese diese ne diese Figurchen bekommen die wir vorher die ganze Zeit nicht bekommen haben woran das liegt wissen wir das selber nicht äh aber irgendwie irgendwie funktioniert es halt ne auf jeden Fall geil behaltet das ja bei nicht dass es beim nächsten Update raus macht dann erzähl ich ja Quatsch ne da kriegen wir auch Probleme Jungs das geht nicht tja und dann gehen wir zum letzten nur noch also vorletzten dann gucken wir uns natürlich noch den Trailer an nur noch 2 Wochen bis zum Start wir haben einige neue der neuen Inhalte die euch mit dem Tatzen und Kratzen Update erwarten auf Twitter angeteasert auch das haben wir schon ein Video gebracht wer das sehen will ich glaube vor 2 Tagen habe ich das oder haben wir das veröffentlicht und da könnt ihr auch reinschauen da seht ihr noch ein bisschen was je näher das Veröffentlichungsdatum rückt desto mehr davon werden wir euch zeigen also vergesst nicht uns zu folgen um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen auch da natürlich folgen immer gern ich weiß aber aus unserer Community viele haben nicht Twitter und fanden das immer ganz geil dass wir das gezeigt haben also sobald wir auf Twitter merken da gibt es wieder was sammeln wir ein bisschen was zusammen und zeigen euch das wieder in einem News Update also auch da werdet ihr nichts verpassen wir sind sehr gespannt und denken dass die nächsten 2 Wochen wie im Flug vergehen werden und dann geht es direkt weiter mit der Arbeit am Kristallbium wie immer seid ihr herzlich eingeladen euch auf unserem Twitter, Discord und Steam in Diskussionen mit euren Forscherkollegen über Updates auszutauschen auch da das überliest man zwar schnell aber ja das ist das nächste große Biom das Kristallbiom das wird auch nochmal ein ganz schönes Knüppel ein ganz schöner Knüppen also an Content wird es uns dieses Jahr nicht mangeln bei Co-Keeper was Co-Keeper angeht ne definitiv nicht oder auch so prinzipiell wie gesagt kommt der Zelda es kommt ja Bluffier es kommen einige Spiele Co-Keeper hat natürlich immer Priorität für uns dann wir haben es kann man immer wieder mal sagen der gute Klunker hat es damals entdeckt bei Steam Gott sei Dank hat gesagt ey man ich glaube Harte das ist was für dich wir haben es angefangen zu spielen fanden es schon cool waren aber extrem skeptisch haben wir dachten oh 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 das wird bestimmt Mist das ist aber leider schon oft eingestiegen und das ist uns dann so also es hat uns so mitgenommen dann ich weiß noch die ersten Zeiten wo wir den Wurm gesehen haben so wie gehypt ihr da war cool und geil das war ja auch geil das ist immer noch geil ne und dann bringen die immer wieder neues Zeug das ist Wahnsinn einfach es hört halt nicht auf das Spiel ne was nicht gesagt wird Entschuldigung was nicht gesagt wird ist in dem Update aber das wollen sie vielleicht auch nicht ob die Tiere tatsächlich als Transportmittel genutzt werden können sag ich mal ob die quasi eigene Inventarplätze haben da steht jetzt hier zum Beispiel nicht wäre auch interessant ob der Vogel dann zum Beispiel weniger hat als ne Katze oder sowas ne das weiß ich nicht würde es ein bisschen individualer machen ist jetzt aber auch nicht so schlimm so Trailer ich bin gespannt los gehts ich hab Bock hab ich noch nicht gesehen Leute traurig ja ich hatte grad noch ne Nachricht bekommen ja alles klar also ja wir gucken uns den Trailer an und vielleicht steht ja auch oder kommt in diesem Trailer ja noch ein bisschen was vor was deine Fragen die du gerade hattest vielleicht beantwortet wir gucken uns das einfach mal an ach 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 doch das ist auch was das ist auch das ist das ist was es ist was die wir haben das ist das ist die Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wo es jetzt angrenzt, so richtig kann man aber nicht rausnehmen, ne? Ja, an der Wände könntest du es erkennen. Hier, das ist eindeutig dieser Brutkasten. Da seht ihr das Ei drin. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele man davon bauen kann. Oder sind die vielleicht stickzolltechnisch begrenzt? Man wäre dir jetzt blöd gesagt, wie manchmal in den Oster-Eventen hast du ja keine Ahnung, sammelst du 100 Eier davon, 100 Eier davon. Jetzt könntest du ja Brutkästen, was weiß ich, 50 Brutkästen machen. Je nachdem, wie lange das halt auch dauert, das ist ja auch nur eine Frage. Könntest du ja aber ruckzuck die Tiere hochzerren, oder halt eben auch nicht, je nachdem, wie lange das halt dauert, ne? Oder wie viele du hast. Das wäre für mich noch fraglich. Ja. So, da sehen wir den Brutkasten rechts. Ich glaube, das ist der eine hier. Rechts auf der Seite sieht aus wie ein großes... Ich habe gerade mal gerade sagen, halt mal kurz an, ich will mal gucken, was da rechts steht. Alles klar, hast du da recht drauf eingegangen? Ich glaube, das ist der Brutkasten. So sieht es zumindest aus, würde ich meinen. Sieht aus wie ein großes Gurgenglas, ne? Ja, sieht ein bisschen... So ein bisschen Gewürzgurgenglas oder sowas. Verrückt aus, ja. Es gibt noch eine Neuerung, Leute. Entschuldigung, das muss ich euch aber sagen, weil das haben sie... Sie haben es ja gesagt, dass sie jetzt drauf eingehen, auf das, was sich viele Fans gewünscht haben. Und auch ich habe mir das gewünscht. Und Michelle auch weiß ich ganz genau. Berichtig mich bitte, wenn es nicht so ist. Ich glaube auch du, Flutter. Das sind tatsächlich die Silberkisten, die wir auf dem Bild gesehen haben. Die ganz normalen. Aber ihr könnt die Truhen jetzt hochkernstellen. Das ging vorher nicht. Ja, das stimmt. Oben oder unten hinstellen. Und jetzt könnt ihr die seitlich links und rechts platzieren. Das ist natürlich mega geil. Wie lang habe ich das mir gewünscht? Weil du musstest die Räume vorher immer so gestalten, dass die Truhen ja auch irgendwie... Ja. Wegen der Länge, ne? Also die waren immer oben oder unten. Egal, wie du den Raum gebaut hast. Das ergibt jetzt komplett neue Platzmöglichkeiten. Richtig cool. Danke dafür. Das ist schon mal richtig geil. Ja, das stand ja auch oben im Text, was wir gelesen haben, dass es jetzt viele neue Items gibt, die man halt wieder drehen kann, ne? Das ist... Genau, das ist wahrscheinlich, ja. Aber es ist eine feine Sache, ja. Das finde ich feierig. Oh, hier kannst du das Glas anmalen. Hast du gesehen? Oh, das habe ich nicht gesehen jetzt, oder? Hm. Hat mir gleich aufgefallen. Ah, verbeck es. Ich habe es auch gesehen, alles. Stopp. Da unten siehst du es. Ah, nee, da hat... Ach so, das Glas anmalen. Ja, und die hat das wenig. Ich habe bloß gerade gesehen, hier oben rechts, dass sie ein Ei reinsetzt in das Glas hier. Hm, genau, hier sitzen ein Ei rein. Und unten habt ihr dann die Gläser, könnt ihr also auch anmalen. Auch sehr, sehr cool. Das ist natürlich mega cool. Vor allem die Wände sind das super los. Das finde ich ja mega cool, der Hund. Der hier rennt. Und guck mal, wie groß die Ziege hier ist. Ja, ja. Das ist ein ganz schöner Knippen, ey. Das ist ein ganz schöner Knippen, ey. Im Verhältnis zum Hund. Guck mal. Ja, ja. Das ist fast das Doppelte. Ja, ja. Der Hund ist ja auch ein kleiner Hund. So ein Handtaschenhund. Cool ist halt, wie der Hund auf die Gegner losgeht, finde ich. Dass er automatisch sich so ein bisschen das Ziel sucht. Obwohl du jetzt gar nichts machst, ja. Du stehst nur rum und der geht automatisch auf die Gegner. Ja, das sieht nicht so gut aus. Das finde ich so gut. Ja. Vor allem diese Farbe finde ich richtig cool. Die Farbkombination ist mega geil, ne? Mega gut, ja. Doch, da siehst du das Azeos-Gebiet. Also, die Gebiete spawnen wahrscheinlich in verschiedenen Gebieten. Das ist hundertprozentig Azeos hier ringsherum. Siehst du am Waffen an? Das ist Azeos, ja. Und alles. Und da siehst du die, das kann natürlich auch sein, dass es ein Azeos-Gebiet gibt. Ich bin halt, ich bin halt gespannt, wie es gemacht ist. Weil grundlegend ist es ja so, wenn du jetzt die Eier hast zum Beispiel, sind die Eier halt wirklich nur für deine Begleiter? Oder, also diese, diese Katze, Hund, Vogel, bla? Oder sind die Eier komplett für alle Tiere? Weil ich denke, das sind für alle Tiere. Und dann gibt es ja verschiedene Farben noch. Weil kannst du zum Beispiel so eine ausgewachsene Kuh, die du jetzt hier triffst, also ich sage Mulin, eine ausgewachsene Mulin, einfach zu dir mit nach Hause nehmen? Oder kannst du das nicht? Kannst du das nur mit dem Ei? Zeigen sie am Trailer. Habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, dass das mit dem Ei tatsächlich geht. Ich glaube aber, das geht auch so. Ich glaube, du kannst sie auch so mitnehmen. Kann ja zum Beispiel, kann ja zum Beispiel sein, du nimmst so eine Art Lasso oder sowas. Keine Ahnung. Zeigen sie ja gleich. Aber die sehen so cool aus. Ja, die sehen auch cool aus. Die sehen auch mega cool aus. Die Ziegenböcke oder, ich weiß nicht, was das ist. Mega, mega geil. Die sehen echt cool aus. Also ich frage mich halt wirklich. Das ist schwierig zu sehen. Ja, haben sie es schön gemacht. Die Wände sind von dem neuen Gebiet. Könnte neues Wasser sein. Könnte neues Wasser sein. Das kann ich nicht sehen. Aber da ganz rechts seht ihr es. Da kann es ein kleiner grüner Bereich. Also es könnte doch im Azius-Gebiet sich abspielen. Wäre auch schön an sich. Weil dort oben ist an sich ja noch nichts in der Richtung irgendwie. Also, du hattest aber dort den, da haben sie ja schon ein neues, äh, du hast ja den Muld, zum Beispiel jetzt mit die Bäume. Dann hast du dort eingefügt. Ja, gut, gut, das stimmt. Die Muld-Dungeons haben wir halt wenig gemacht, weil die uns wirklich am wenigsten gefallen haben von allen Sachen. Uns persönlich. Am Ende. Am Anfang waren sie cool, aber dann nicht mehr. Dann waren sie nur noch nervig. Und hier sehen wir halt auch mal, also auf einen Blick so, ne, da kommen die Kühe. Und siehst du das? Der hat so Getreide in der Hand. Ja, genau, das meine ich. Der Sportjahrt. Es kann sein, dass du sie damit locken kannst. Das glaube ich nämlich. Die Katze sieht so cool aus mit dem Feuerschweif. Ja, mega geil. Das ist so geil. Aber der Hund ist auch cool gemacht. Aber ein Vogel hat ja keiner genommen, ne? Sehe ich zumindest nicht. Hm, zur Zeit nicht. Ich sehe auch, gucke auch gerade, ob hier irgendwie diese, diese, diese rechte Figur, die obere Dame, die hat so einen Lobeerkranz. Und im Haar. Und die blaue Rüstung. Da unten auch. Siehst du das? Aber ich weiß nicht, ob es da direkt, ich glaube, das sind die normalen Klamotten. Weil der, guck mal bei der, bei der, bei den Mädchen mit den blauen Haaren. Ne, das ist so die, ach so, ja. Siehst du das Oberteil mit dem goldenen Gürtel und haben die einfach die Hose noch blau gemacht. Ja, das kann, das kann sein. Also ich glaube nicht, dass das neue Rüstung ist. Und der Rosenkranz ist, glaube ich, zu wissen von dem Valentin Starks Update. Ach, das kann sein. Wie der Schleim in der Haare rennt. Das hast du. Der Hose aus dem Gebüsch. Richtig cool. Und da muss ich sagen, wenn ich das das erste Mal sehe und du machst so einen Standbildschirm und denkst dir so, alter, what the fuck geht da alles ab? Warum kämpfen sie gegen den einen? Das habe ich vorhin nicht ganz verstanden. Siehst du das? Na, ihr sind ja, ihr sind ja, hier unten ist ja so ein Gärtner und da ist ein Gärtner. Ah ja, okay, jetzt sehe ich das. Das sind halt so viele Charaktere auf einem Bildschirm. Und das siehst du aber auch, die haben alle die, 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 das siehst du auch gleich, wie die Katze angreift. Die macht so eine Art Salto. Warte, ich glaube die untere Katze. Ah ne, jetzt hat es gerade, scheiße, jetzt war gerade der Augenblick, wo ich es nicht gesehen habe. Zack, habt ihr es gesehen? Ja, stimmt, die dreht sich, die dreht sich mit dem Schwanz, das stimmt. Die dreht sich mit dem Schwanz so, das fand ich ja, ey, wie cool. Und auch hier in so einem Dungeon, wenn du hier reinkommst mit den ganzen Charaktere und die ganzen Tiere kommen mit, das sieht schon echt überfüllt aus. Also da ist ordentlich was los dann. Da fühlst du dich dann ja wie bei Diablo, wenn du mit dem Totenbeschwörer deine ganzen Kollegen da reinnimmst. Auf jeden Fall. Wir haben ja keine acht Leute, aber es ist selbst ein Dritt, ist schon, denke ich, da ein ordentlich Action-Up-Bildschirm. Ja, ja. Da kann man auch wahrscheinlich mit Michelle mal mit dazuholen beim Update. Vielleicht kann man ja auch zusammen ein bisschen rumrennen und... Schauen wir uns mal an, na klar. Ja. Aber ich freue mich viel drauf, ich kann es kaum erwarten, ohne Mist. Also ihr habt nicht zu viel versprochen, es wurde ja schon an uns gesagt, dass es ein gutes Update wird und nicht nur die Tiere. Wir haben ja gedacht, echt kommen nur die Tiere, ne. Weil es gab jetzt auch viele kleine Updates. Aber das mit dem Glas und allem, du kannst... Das sprengt wieder völlig alle Möglichkeiten, ne. Ich hatte schon wieder Ideen im Kopf und die sind schon wieder weg. Weil das ist schon wieder... Einfach Glas übers Wasser bauen, wie geil das ist einfach. Das habe ich mir so lange gewünscht, dass ich die Fläche oben zubauen kann mit Glas und trotzdem das coole Wasser sehe. Und die einzigste Möglichkeit, die du bis jetzt hattest, war dieses Eisengitter. Ja. Das neue. Da hast du so ein bisschen den Untergrund gesehen, die Lava leuchten. Und jetzt kannst du die Lava unter dem Glas machen, Alter. Wie geil das ist. Also mega cool. Ich freue mich richtig. Ich habe richtig Bock. Aber auf die Farbe und so bin ich echt mal gespannt. Es gibt halt wieder unfassbar viele neue Möglichkeiten zu dekorieren, zu bauen, zu machen und zu tun. Aber ich... Wie gesagt, ich finde es... Wände von Häusern mit Glas wie Fenster wie große Geile. Das ist einfach mal cool. Theoretisch, ja. Theoretisch kannst du vor allen Dingen, da du ja jetzt Sachen schräg stellen kannst oder anders stellen kannst, kannst du ja Sachen ganz anders dekorieren, bauen und wie auch immer. Schräg geht nicht, aber ich glaube, dass die... Du kannst ja hochkant stellen. Also hoch, das habe ich gemeint, ja. Genau. Und da kannst du ja trotzdem platzmäßig... Theoretisch könnten wir jetzt alles nochmal umbauen, weil wir haben es ja immer so gebaut, dass das... Gerade unsere... Unsere Kammer mit den Truhen, die du gebaut hast, die hast du ja quer gebaut, da ist da sehr viel Platz. Wenn du die jetzt hochkantstellst, links und rechts, kannst du in der Mitte nochmal Truhen stellen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Es gibt wieder viele Möglichkeiten. Was auch cool wäre, weil ich gerade auch Grounded gespielt habe, aber immer wollen sie mal nicht übertreiben, aber trotzdem meine ich nur, was ich immer ganz geil fände, wenn man die Truhe irgendwie anpacken, also nicht aufnehmen ins Menü, sondern gedrückt halten kann und die dreht, während sie voll ist. Das wäre geil, wenn das noch gehen würde, wenn man die da verschieben kann, wenn die voll ist, dass du nicht mehr da ausräumen musst. Aber das ist mega auf höchstem Niveau, keine Frage, ne. Ich bin sehr zufrieden, also das Update wird mega gut. Hier steht auch der Eimer, den haben wir gar nicht erwähnt, ne. Das hatten wir das letzte Mal schon gesagt. Das wird auch richtig cool. Und da gibt es übrigens eine Sitzbank, ne. Sehe ich das? Achso, du bist gar nicht mehr bei dem Bild. Ich gucke jetzt auf mein Bild. Fähig eine Sitzbank? Ja, ja, genau. Vor dem Tisch, irgendwie bei dem Glastisch davor. Ach, hier. Spiegelt sich da einmal drin, oder ist das eine Wand? Das sehe ich nicht so richtig. Ich glaube, das ist die Wand, die reinkommt. Ach, da spiegelt sich das dann so cool. Mega gut, Alter. Ah, wow. Da kannst du Zeug machen. Ich freue mich, ich habe richtig Bock. Auch die Bäume sehen so cool aus. Ja, wir hatten nämlich schon intern mal zu zweit drüber geredet und geplaudert, dass wir vielleicht die Idee hatten, oder besser gesagt, der Harla hatte die Idee, da wir ja die Welt schon oralt ist bei uns und blau und hin und her, alles schon tausendfach erzählt, aber dass wir halt da vielleicht sogar mal das ein oder andere bei uns abreißen und halt einfach neu strukturieren die Basis, weil halt einfach so viel dazugekommen ist, das war ja wie gesagt gar nicht abzusehen, dass es so riesig wird, das muss man ja mal ehrlich sagen. Und da hatten wir das halt auch ziemlich aufeinander gebaut und auch Sachen gleich an die Basis rangebaut, was man hätte woanders hinbauen können, aber ja gut, wir wussten ja nicht, dass das Packstorm-Team so wahnsinnig ist und hier tausend Updates rausknallt, das konnten wir nicht erahnen. Demzufolge müssen wir wahrscheinlich mal in der Basis mal ein bisschen aufräumen, aber ja, das wird auch schön, denn ja, mit vielen Möglichkeiten sieht es bestimmt dann auch im Endeffekt vielleicht noch ein bisschen besser aus, als es eh jetzt schon tut. Richtig, und wir haben auch oft gesagt, bei jedem kleinen Update was kam, oh cool, gerade ich bei den Bäumen, bei diesen japonischen Bäumen, Kirschbütenbäumen, wie cool die sind und so cool und da muss man, ah geil, was du alles machen kannst und irgendwie aber kurz danach bin ich nicht dazu gekommen, was zu machen, beziehungsweise überlege ich dann immer und denke so, ah scheiße, hast aber eigentlich keinen Platz mehr und ein bisschen nervig halt einfach, ne. Also wir wollten schon so oft in den Updates irgendwas benutzen, viel habe ich benutzt oder wir, gerade die Steinwege und so, das haben wir alles ein bisschen geändert, aber viel haben wir halt auch nicht benutzt, was wir benutzen wollten und das wurde einfach mal in der Zeit, ne, das war ein bisschen zu updaten, aber muss man erst bewerten, bis das neue Update kommt, sag ich mal. Das Trundrehen wäre schon, das ist schon essentiell wichtig, also das wäre schon ein Riesenerfolg. Auch Betten übrigens, ne, ist dasselbe, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, auch die Betten stehen jetzt auf der linken Seite. Naja. Das ging vor Haufen, ihr konntet die nur von oben nach unten oder unten nach oben bauen, jetzt könntet ihr die auch links und rechts bauen und auch das alleine macht schon unglaublich viel aus. Die Kommode, eigentlich alles kann man jetzt, wie ihr seht, Tische, na gut, die Tische gehen ja schon immer, das ist ja Quatsch jetzt, aber, ähm, man hat halt, man hat mehr Möglichkeiten, halt auch einfach Räume zu dekorieren anders, ne, also es muss dann halt nicht jeder Raum so aussehen, sondern man kann da halt so ein bisschen variieren. Dann kannst du variieren, weil du dann die Möglichkeiten hast, richtig. Genau. Tja, was soll man dazu sagen? Wir freuen uns auf das Update, genau, so ist es. Äh, sind jetzt erst mal, ich sag mal, grob kann man ja gar nicht sagen, wir sind ja schon sehr intensiv auf jedes Detail, was uns so ein bisschen rausgestochen ist, eingegangen. Hoffen, euch gefällt das, äh, ja, vielen Dank, wie gesagt, nochmal an Julian fürs Bescheid sagen. Danke dir, sehr gute Sache. Das freut uns immer sehr, äh, ja, das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf das Animal Update, hoffentlich ihr auch und natürlich, sobald das Update verfügbar ist, wir dann einiges zusammengetragen haben, vielleicht gucken wir mal, was es denn so bieten kann, ne, das kann auch sein, da gibt es vielleicht dann auch wieder so Tutorial-Videos, wie ihr die Eier ausbrütet. Wir wissen ja nicht, wie umfangreich das dann wirklich ist, was man machen muss. Äh, vielleicht gibt es auch das eine oder andere Tutorial-Video, wenn es denn, äh, so was ergibt oder auf jeden Fall gibt es ein Video oder mehrere Videos für die Items und die ganzen Tiere, die es gibt, das ist ja ganz klar. Und vielleicht machen wir auch einfach mal wieder so ein komplettes Video, das hat sie nämlich der Julian gewünscht, ein Video, wo wir zeigen, wie wir es erkunden, also kann sein, dass da mal wieder eine Stunde, zwei am Stück kommt. Und ich glaube, das machen wir auch so diesmal, weil hier macht es wirklich Sinn, du kannst das sammeln und du kannst ja dann trotz, die Gegenstände, die du findest und so, die haben wir dann immer nochmal extra gezeigt im Video, sehr ausführlich, das machen wir, denke ich, auch wieder. Aber ich glaube, das ist ja quasi wie ein neues, ne, Biom, aber, ne. Ja, es ist ein neues Biom, ne, also. Ja, genau, ein kleines, kleines neues Biom und ein sehr großes Update fürs Spiel, in meinen Augen, ja, macht, damit hebt er das Spiel wirklich auf ein komplett neues Level. Also in Crafting Games Tiere einzubauen mit Ausbrüten und sowas, das kenne ich nur von Ark, Soweit wie Wolf, da musstest du das auch machen, also du konntest Dinos aufziehen oder konntest die dann miteinander paren lassen und dann konntest du die rausmachen, blablabla, ist auch scheißegal. Aber auf jeden Fall, das in so ein Spiel einzubauen mit dieser Optik, diese Grafik, macht es einfach nur noch geiler für mich, also das ist einfach nur Wahnsinn. Auch was ja mal updatet, dass ihr auf die Fans eingeht und sagt, ey man, ihr habt euch gewünscht, wir geben uns mir, wir versuchen es im nächsten Update umzusetzen. Das nicht alles umzusetzen, ist es vollkommen klar und ich glaube, das wird auch keinen stören, aber ihr versucht es, ihr hört auf die Leute, das ist mega geil, das ist ganz selten in Spielen, auch bei Indie-Spielen selten und ja, die Stimmen werden gehört, das ist, finde ich, richtig, richtig cool. Also das, alles, was ihr bis jetzt geändert habt, kann ich einfach nur unterstützen. Es gibt immer Kleinigkeiten, ist ganz klar, jeder wünscht sich was anderes, auch klar, aber das ist schon jetzt, das wird schon nochmal richtig, richtig geil und ich freue mich auch riesig auf das Crystal Lake-Bio, also das wird auch. Ich glaube, es ist auch das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass Zelda ein bisschen zurückstecken muss, wahrscheinlich. Nebenbei noch mit, das gab es eigentlich vorher nicht so. Tja, es gibt bessere Spiele als Zelda, namens Co-Keybo. Ja, das ist das, da kann ich jetzt, da muss ich mich ja als einschleimen, aber ich bin einfach zu ehrlich und direkter Mensch, deshalb würde ich mal sagen, jein. Aber es ist völlig egal, wir freuen uns drauf, hoffentlich ja auch und wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch freut über das, was wir hier denn so labern die ganze Zeit, dann lasst doch eine positive Wertung da in Form meines Likes, eines Abos auf dem Kanal oder einen Kommentar. Schreibt rein, was ihr vielleicht euch erhofft habt, was nicht in dem Update da ist oder was euch überrascht hat. Wir freuen uns mit euch in den Kommentaren ein bisschen zu diskutieren und dann sehen wir uns alle zusammen spätestens am 10., 11., 12. Mai, je nachdem, wie es dann zeitlich passt. Das werden wir sehen, wieder im nächsten Video, ja, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ganz genau, danke fürs Dusehen, Grüße gehen raus, bis zum nächsten Mal. Tschö, m'dö.